Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick bekommen in Ready to Rumble Revolution, was von Atari stammt. Wir haben euch das Spiel nun ein bisschen ausführlich gezeigt und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielen Dank natürlich hier an SoChristian für die tatnafte Unterstützung. Ein Review in schriftlicher Form folgt natürlich auch noch und besucht weiterhin die Tower.de. Ich hoffe... Scheiße. Oh man, okay, nochmal. Jetzt haben wir euch das Spiel Ready to Rumble Revolution ein wenig vorgestellt. Ihr hoffen, ihr hattet Spaß. Ich fang jetzt nur einmal das an. Oh my God. Das ist echt super.